Ich bin auf diesen Außenarbeitsplatz gekommen durch die berufliche Bildung. Dieser Außenarbeitsplatz befindet sich bei der Firma Gebes Deutschland GmbH und ich bin hier als Lagerhelfer tätig. Meine Aufgaben sind Kommissionierung, Verpacken von Paketen, Verkleben von Paketen und kleine Computeraufgaben. Das Tollste an diesem Außenarbeitsplatz ist, dass mich ein Integrationsassistent begleitet, dass es verschiedene Bildungsangebote gibt. In fünf Jahren sehe ich mich eigentlich schon auf dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz.